Sie haben einer Frau Schnittwunden zugefügt. Es ist ein Kopfgeld auf die Kerle ausgesetzt. Wie wäre es, wenn wir uns das Kopfgeld haben? Einst kannte man sie als Samurai. Doch ihr Königreich hat den Glauben an sie verloren. Du bist nichts als ein blutrünstiger Mörder. Alles, was ihnen jetzt noch bleibt, ist ihr Verlangen nach Gerechtigkeit. Die Free-TV-Premiere. The Unforgiven. Sonntag, 23.40 Uhr. Pro 7. Pro 7.40 Uhr.